Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, auch interessant. Meine Gästin heute ist Ruth Grützbauch. Sie ist Astronomin, Wissenschaftskommunikatorin und Planetariumsdirektorin. Hallo Ruth, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo, ja danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Habe ich neben, ich glaube Autorin habe ich vergessen, aber ansonsten, wie würdest du dich beschreiben? Was machst du? Ja, das war eh schon perfekt. Also, ja, ich bin Astronomin, ich bin Wissenschaftsvermittlerin und ich bin Planetariumsdirektorin. Also ich nenne mich gern so, weil das ist natürlich schon, es ist schon ein bisschen, ja, eine Provokation, eine Leichte, weil irgendwie dann natürlich Leute sich denken, Moment mal, was? Bei welchem Planetarium? Und ich sage, ja, bei meinem eigenen. Die beste Art von Direktion ist, wenn man das eigene Projekt dirigiert. Mein erster Gedanke ist, wenn man in der Welt unterwegs ist und sagt, man ist Astronomin, wie viele Leute fragen dich dann nach Sternzeichen? Ja, viele, einige. Also ich habe mich auch, ja, ziemlich exzessiv mit dem Thema beschäftigt, wie ich jung war, um meinen Feind zu kennen und um mich wehren zu können. Um den Leuten quasi irgendwie zu sagen, warum das alles nicht funktioniert und was es da überhaupt alles gibt, was Leute glauben und wie man das dann auch irgendwie gut erklären kann, warum das nicht so ist. Und ja, es passiert sehr oft. Also es ist mir früher oft ein bisschen öfter als jetzt mittlerweile. Das hat sich schon auch geändert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Wissenschaftskommunikation liegt, ob es ein Erfolg der Wissenschaftskommunikation ist, dass Leute mittlerweile das ganz gut unterscheiden können. Ich befürchte, es ist eher andersrum. Wir erleben ja einen Extrem-Astrologie-Boom und ich glaube, den Leuten ist der Begriff Astrologie jetzt viel geläufiger. Also wenn du dir das mal anschaust, es gibt in der Wikipedia zum Thema Astrologie im deutschsprachigen Raum Zahlen bis, also 2022 waren sie so hoch wie noch nie seit Erhebung. Also wie gesagt, seit Erhebung. 1880 haben bestimmt mehr Leute daran geglaubt, dass in den Sternen ihr Schicksal steht, aber das wurde noch nicht erhoben. Also das löst gerade zumindest in Deutschland, löst Astrologie massiv Religionen ab und während immer weniger Leute sagen, sie sind konfessionell religiös, es sind 23 Prozent, die sagen, sie sind konfessionslos religiös, aber nur elf Prozent sagen, sie sind Atheisten. Alle anderen sehen sich mit irgendwas Spirituellem verbunden und eine wachsende Gemeinschaft und deswegen, ich hätte die Hoffnung, dass Astronomie einfach mittlerweile bekannter ist, aber ich glaube, es ist eher andersrum deduktiv, da dran zu gehen. Ja, was mir aber so vorkommt, ist, dass Leute es einfach nicht mehr so leicht verwechseln wie früher. Also es kann schon sein, dass es da irgendwie einen Boom gibt und dass das Religionsersatz natürlich jetzt irgendwie da irgendwie eine Rolle spielt, aber es ist so, also früher war wirklich so, wie ich gesagt habe, ich studiere Astronomie, war die Antwort. Boah, cool, habe ich gar nicht gewusst, dass man das studieren kann, ich bin Stier im Sternzeichen. Also das war so richtig unreflektiert, ja. Und irgendwie, das passiert mir jetzt so nicht mehr, immerhin. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Meine Eselsbrücke, weil man die Begriffe ja doch, also sie sind sich ja einfach zum Verwechseln ähnlich. Die Eselsbrücke ist immer, das L in Astrologie steht für Lüge und das N in Astronomie für Naturwissenschaft. Sehr gut, ich habe mir jetzt gedacht, du sagst Loser, aber Lüge ist auch gut. Nein. Ja, das stimmt, ich meine, all die anderen Wissenschaften, das sind ja die Logien natürlich, ja, klar, die Biologie oder was auch immer. Und das ist, dadurch, dass sich ja die Astronomie quasi aus der Astrologie entwickelt hat oder das halt früher, wie man dem Ding den Namen gegeben hat, das Ganze ein Ding war, hat sich das halt irgendwie ein bisschen historisch so eher schlecht, namentlich schlecht entwickelt, ja. Aber ich wollte gar nicht zu sehr über den Astrologie-Diskurs anschauen. Ich befürchte, das könnte uns noch ein, zweimal passieren. Das Ganze noch kurz moderativ abzurunden. Das Beste zum Thema Astrologie, was mir bisher untergekommen ist, das war ein Buch, das dein Podcast-Partner Florian Freistetter, der Podcast ist das Universum, sehr hörenswert, empfohlen hatte, nämlich ein Buch darüber, wie sich Sternzeichen verhalten, wenn man erst mal auf den Mars umgesiedelt ist. Also, wenn dein Kind auf dem Mars geboren wird, dann sehen die Konstellationen ja alle ganz anders aus. Und das war ein extrem seriös mathematisches Buch darüber, die Positionsverschiebung und die Vektorverschiebung zwischen Erde und Mars zu den Konstellationen zu berechnen, damit für den Fall der Fälle du auch auf dem Mars noch rausfinden kannst, ob dein Kind Dinosaurier im Sternzeichen ist. Was der Florian alles für Sachen macht, ja. Ja, ich finde eure Buchempfehlung eh in der Regel sehr gut, nur leider auch immer sehr teuer. Ich unterstütze das Projekt aus eurer letzten Folge, dass man euch eine Villa für eine Privatbibliothek schenken sollte. Also, wenn jemand von euch eine Villa übrig hat, gäbe der Abnehmer. Nur für den Fall, das werden wir jetzt in allen möglichen Podcasts einfach immer weiter und weiter verbreiten. Dann meldet euch für unsere Villa, unser Wissenschaftskommunikationskloster, wie wir es genannt haben. Tja, das ist ja, also die Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Publikationen ist ja so ein bisschen so ein Thema. Also im Graubereich in Kombination mit dem freundlichen Raben geht da sehr viel. Aber wenn man nicht über eine Hochschule Zugriff hat, dann ist das Zeug leider auch immer sehr teuer. Ja, obwohl in der Astronomie ja gerade eigentlich die Situation relativ gut ist, weil es mit diesem Preprint-Server, mit diesem Archive eigentlich dazu beinahe allen Artikeln und allen Studien einen kostenlosen Zugang gibt. Ja, so das ist schon, es ist in vielen anderen Wissenschaften, glaube ich, nicht ganz so easy. Das stimmt, wobei ich mich da immer mal wieder ein bisschen drüber ärgere, weil, also ich bin der Auffassung, wenn Public Money etwas finanziert hat, dann sollen die Informationen auch alle Public sein. Und ich hätte gerne, dass zum Beispiel sehr viel früher, also muss jetzt nicht live sein, aber mit weniger Verzögerung die Beobachtungsdaten veröffentlicht werden. Und dann gibt es da ja immer wieder so Sachen, dass die NASA ihre Projekte sechs Monate lang nur für ihre Associates rausgibt, bevor sie in die Öffentlichkeit kommen, damit man ein bisschen Forschungsvorsprung vor China oder Japan hat, was ich nicht verstehe, weil uns wäre allen geholfen, wenn wir die Infrastruktur teilen würden. Aber so ist vermutlich dann das Spiel. Das wird aber auch immer weniger. Also das ist jetzt bei James Webb irgendwie, zumindest bei den Projekten, die quasi durch eine, durch die Community instigiert wurden, da ist das so, dass die Daten meistens sofort zur Verfügung gestellt werden. Diese sechs Monate ist es mittlerweile eher so, dass es halt die Leute, die sich die Sache ausgedacht haben, also was man da jetzt genau beobachten sollte, dass die die Daten bekommen, um quasi da an ihrer eigenen Idee, sagen wir jetzt mal, als Erste auch arbeiten zu dürfen. Und was auch sehr, finde ich, relevant ist, ich weiß nicht, ob das dann immer so passiert, aber ich finde halt für Studierende, für Doktorandinnen und junge Leute in der Wissenschaft, die halt einfach noch nicht so rasant ihre Ergebnisse da publizieren, für die ist das auch ein gewisser Schutz. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, sondern es fühlte sich für mich immer so ein bisschen an wie ein Gatekeeping, von wegen, wir haben das jetzt hier gebaut damit, also in den USA gebaut mit amerikanischem Steuergeld und wir machen den Zugang schwerer, damit vor allem die Leute, die uns wohlgesonnen sind, darauf Forschungserfolge fahren können. Also es gibt ja dann doch ein, also das Space Race ist ja Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, aber es gibt ja immer noch einen extremen Konkurrenzdruck beim Entdecken großer, fundamentaler Dinge. Ja, es ist aber, also es ist so, wenn ich jetzt irgendwie am Hubble-Weltraumteleskop Zeit beantrage und, was ich nicht mehr mache, wenn ich da irgendwie Zeit bekomme, dann ist das, dann sind das quasi meine Daten. Also dann habe ich die, dann hat die nicht die NASA, sondern dann habe ich die für ein halbes Jahr und dann erst werden sie quasi im Archiv, im Hubble-Archiv veröffentlicht. Also es kann schon sein, dass es auch natürlich irgendwie Projekte gibt, wo das, wo das so, ja, dann die Idee ist, aber im Grunde ist es, es geht eigentlich darum, die Arbeit der Forschenden selber da irgendwie ein bisschen zu schützen oder, ja. Ja, du hast in der Forschung 2007 unter anderem publiziert, das überschneidet sich mit meiner ersten Schrift zum Thema Weltall, einer Hausarbeit, die ich damals in der zweiten Klasse schreiben musste und alle anderen hatten so Themen wie… Welche zweite, achso, zweite Klasse Grundschule? Ja, 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 ich bin 25. Also alle anderen hatten so Themen wie, das ist meine Katze oder das ist mein Fußballverein und ich war so, ich möchte über das Weltall schreiben und dann musste ich das Thema leider reduzieren. Und dann habe ich eine Ausnahme bekommen, mehr Seiten haben zu dürfen, damit ich über jeden Planeten abschreiben kann, was so in den Kinderbüchern über Planeten steht. Und auf einmal sah ich mich konfrontiert damit, darüber nachzudenken, wie habe ich mir denn so einen Gasriesen vorzustellen? Wie kann das denn sein, dass da nichts Festes ist? Das beschäftigt viele Kinder, merke ich. Also das ist eine der häufigsten Fragen auch im Planetarium. Wieso ist das rund? Wieso ist das eine Kugel, wenn das Gas ist? Wie kann das zusammenhalten? Wie kann das sein, dass die Erde flach ist, aber der Jupiter eine Kugel? All diese Fragen, ja. Wo sind die Schildkröten, die das ganze Ding tragen? Es sieht mir so aus, als wäre deine Publikation 2007 irgendwie viel umfangreicher gewesen als meine wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, was habe ich 2007 publiziert? Ich kann mich nicht mehr… Da habe ich gerade meine Doktorarbeit fertig gemacht. Wahrscheinlich irgendwas da. Sagt das Internet. Sagt das Internet. Das Internet hat immer recht. Ja. Apropos, was das Internet auch sagt und was ich ursympathisch finde. In der Wikipedia ist deine Unterschrift und du hast da ein Smiley reingebaut. Das finde ich sehr gut. Habe ich selten in Unterschriften gesehen. Das habe ich auch erst… Das habe ich genau dort angefangen, wie der nette junge Mann bei einer Planetariumsvorstellung war. In Bremen war das. Das war super. Und mich gebeten hat, ob ich eine Unterschrift machen kann, weil er für Wikipedia einen Artikel über mich schreibt und ich irgendwie so, hey, ich habe einen Wikipedia-Artikel. Und dann kam diese Unterschrift da einfach so zum ersten Mal spontan so raus. Und seitdem ist sie so. Sie ist sehr gut. Freut mich. Come Knowledge war ja, da ist ein dicker Stein in der Nähe von Mexiko auf die Erde gezimmert. Und daraufhin hat sich alles so verändert, dass die Dinos ausgestorben sind. Und es gibt keinen wirklichen Grund, warum das nicht einfach nochmal passieren sollte. Außer, dass wir halt ein bisschen rausgucken. Und wenn man sich dann aber mal damit befasst, wie wenig wir tatsächlich beobachten, frage ich mich immer, wie kann das denn sein, dass wir so wenig ins Weltall schauen, wenn da potenziell so große Risiken sind. Aber dann gibt es auch Risiken auf einer Dimension. Selbst wenn wir die sehen würden, könnten wir nichts ändern, wie zum Beispiel bei einem Gamma-Ray-Burst. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Im Weltall macht dir der Umstand, wie brachial das dort ist, auch so eine schaurige Angst? Oder ist das etwas, was komplett mittlerweile theoretisch abgehakt ist? Von wegen, wenn es passiert, können wir eh nicht mehr viel tun. Das Ding ist ja, ich sehe es genau andersrum, dass das Hinausschauen, wenn es auch wenig ist, dass das Hinausschauen, was wir tun, dass das, was wir wissen über das Universum, eigentlich unfassbar viel ist. Ich finde es immer so erstaunlich, wie viel wir schon wissen. Und durch dieses Wissen ergeben sich Wahrscheinlichkeiten für gewisse Dinge. Also wenn man zum Beispiel sagt, oh, Asteroid, ja, könnte natürlich, könnte doch jederzeit ein Riesenbrocken wieder auf die Erde fallen. Ja und nein, die Sache ist die, dass wir wissen, wie viele von diesen großen Brocken es da draußen gibt, wir wissen, wo sie sind, wir wissen, wie sie da rumfliegen. Und wir können uns eine, naja, sagen wir mal, grobe, aber doch nicht so ungenaue Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass uns tatsächlich in der nächsten Zeit so ein Ding trifft? Und dann hat, dann legt sich auch, glaube ich, diese Angst, weil diese Angst, die kommt ja eigentlich von dieser Ungewissheit, oder? Wenn ich weiß, ha, alle hundert Millionen Jahre kommt so ein Planetenkiller, so ein Riesenbrocken, dann habe ich zumindest da, naja, hundert Millionen Jahre, ja, eine lange Zeit, um mich noch zu fürchten. Und bei den Gamma Ray Bursts genau das Gleiche, ja, wir wissen, wie, das sind eigentlich, also, wenn der nah genug an der Erde dran ist, dann muss es sich dabei um eine Supernova-Explosion handeln, also das Ende eines Riesensterns. Wir wissen, wie viele von diesen Riesensternen es gibt, wir wissen, wo die sind, zumindest in unserer Nähe, und wir wissen, keiner von den Sternen da draußen in unserer Nähe wird demnächst, also demnächst auf astronomisch, ja, in den nächsten tausenden Jahren als Supernova explodieren. Also es gibt, wir brauchen keine Angst vor einem Gamma Ray Burst haben, der in unserer Nähe irgendwie hochgeht, weil wir quasi die Wahrscheinlichkeit kennen und damit legt sich auch die Angst, oder? Also erstmal, ich finde, so Themenkomplexe wie Quasare, oder ist das das Deutschwort, Quasar? Mhm, Quasar, ja. Also den, ich finde Quasare und das Entstehen von den Gamma Ray Bursts, also alleine die Zahlen zu lesen, fühlt sich im ersten Moment immer so an wie, das hat sich doch jemand ausgedacht, das ist doch Quatsch. Je mehr man dann dahinter steigt, dass die Leute sich das nicht einfach nur aus der Nase gezogen haben, umso mehr fasziniert mich das, weil das halt alles so in Dimensionen ist, von wegen, wenn es passiert, können wir eh nichts mehr tun. Aber, ähm, ich weiß nicht, also ich verstehe, dass man es als beruhigend empfinden kann, dass man durchs Rausschauen immer mehr versteht und zeitgleich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, je mehr wir rausschauen, umso mehr potenzielle Katastrophen entdecken wir. Also auch so Sachen wie das Carrington-Event, das ja durch einen Sonnensturm ausgelöst wurde und die damalige Elektrotechnik, die sich im Wesentlichen auf Telegrafenmasten bezogen hat, ziemlich zerlegt hat. Wenn ich überlege, dass so etwas, also es gibt keinen konkreten Grund, warum das nicht einfach wieder passieren sollte und heute haben wir ein bisschen mehr Technik als nur Telegrafen. Und wenn ich dann überlege, wie schlecht wir darauf vorbereitet sind, was wir tun, wenn von heute auf morgen mal unsere ganze Technik für ein paar Jahre kaputt ist, das, also ich weiß nicht, da draußen ist schon viel arges Zeug. Ja, also vielleicht ist ja die Sonne das Himmelsobjekt, vor dem man am meisten Angst haben muss, ja, das stimmt, aber auch nur relativ gesehen. Also diese, was man immer unterschätzt, auch vor allem, wenn man an die Dinge ein bisschen quasi emotional, gefühlsmäßig rangeht, unterschätzt man das noch mehr, ist die unfassbare Ausdehnung, die Größe dieses, des Weltraums, ja, wie weit das alles weg ist und wie viel nichts, wie viel leerer Platz da dazwischen ist, ja. Und das macht es quasi so unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert. Ja klar, wenn die Sonne, die übrigens jetzt gerade an ihrem Aktivitätsmaximum ist, aber wenn die Sonne jetzt entscheidet, dass sie eine riesige Explosion Richtung Erde schicken möchte, dann, naja, da kann man natürlich nichts dagegen tun, ja, das stimmt. Aber das ist, also das ist jetzt eins der Dinge, wo ich sage, okay, ja, das kann passieren, aber ich meine, du gehst ja nicht durchs Leben und hast jedes Mal, wenn du eine Straße überquerst, Angst, dass dich ein Auto zusammenführt und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist natürlich Größenordnungen größer, als dass irgendetwas aus dem Weltraum kommt, oder? Sprich für dich selbst, ich meine, ich habe in den diversen Supermärkten dieser Welt Sonnencreme gesehen, aber noch nie Quasar-Creme, also die Leute haben Angst vor der Sonne, aus gutem Grund. Ja, ja, eh, das kann ich auch gut verstehen, das stimmt natürlich, ja. Also es wäre ja auch, also falls dieser Gamma-Ray-Burst irgendwie, also Gamma-Ray-Burst, die richtigen Gamma-Ray-Burst, die richtigen großen Ausbrüche, die sind ja in anderen Galaxien, das sind aktive Galaxienkerne, riesige schwarze Löcher, supermassereiche schwarze Löcher, in den Zentren von anderen Galaxien, die Millionen oder sogar Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind. Also da braucht man überhaupt keine Angst vor irgendwas haben, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Supernova-Explosion in unserer Nähe stattfinden würde, die ja auch Gamma-Strahlung produziert, wenn die wirklich nah an uns dran passieren würde, was nicht passieren wird, aber nehmen wir mal an, es würde, dann sagen wir ein paar Lichtjahre von uns entfernt, ja. Dann wäre es erstens einmal sehr hell, plötzlich, durch diese Supernova-Explosion, aber die Gamma-Strahlung, die würde uns ja jetzt auch nicht quasi direkt brutzeln, so wie man sich das immer vorstellt. Was uns dann eigentlich umbringen würde im Endeffekt, wäre wieder die Sonne. Weil was passiert ist, dass die Gamma-Strahlung durch ihre Interaktion mit der Atmosphäre quasi die Ozonschicht zerstört und dann die Erde quasi schutzlos der UV-Strahlung der Sonne ausgeliefert ist. Das heißt, es ist im Endeffekt wieder die Sonne, die uns umbringt. Ich wüsste es, es ist immer der Evil Day Star. Ja, genau, so ist es, ja. Also wenn schon kosmische Angst, dann vor der Sonne. Es gibt aber noch ein anderes Phänomen mit der kosmischen Angst, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist. Es gibt nicht so sehr diese tatsächliche Angst vor Dingen, die da draußen passieren könnten und für uns gefährlich sein könnten, sondern eher so die Angst vor diesem Nichts, die Angst vor dieser Leere, die Angst vor diesen unfassbaren Entfernungen, die Angst vor dieser Tiefe, die sich da über einem erstreckt, wenn man hinaufblickt. Das ist eine Art Höhenangst. Man nennt das auch die kosmische Höhenangst, dieser Cosmic Vertigo. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte vor sieben Jahren das erste Mal die Gelegenheit, bei einem Freund für ein paar Tage zu zelten, komplett auf dem Land im Nichts in Meckpom. Und also die nächste Bushaltestelle war zwölf Kilometer weit weg. Entsprechend dünn war auch die Straßenbeleuchtung. Und wenn man dann das erste Mal bemerkt, ich gucke da raus und ich sehe die Milchstraße als sehr erkennbares Band. Und ich weiß, das ist jetzt nicht einfach nur eine Stelle, wo es zufällig hell ist, sondern das ist Teil eines Spiralarms. Dann bekommt man schon eine Ehrfurcht davor, wie krass groß das doch alles ist. Aber ich verstehe die Höhenangst. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass Leute sagen, wenn sie in diese Leere schauen, fühlen sie sich alleine. Weil für dieses Alleine sitzen wir einfach mit 8 Milliarden Menschen in einem sehr potenziell gut funktionierenden Raumschiff, in dem man sehr wenig allein sein muss, wenn man es nicht möchte. Aber ja, die kosmische Höhenangst, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal in den wirklich erkennbaren Nachthimmel geschaut hast? Nein. Ich habe nicht so ein Erweckungserlebnis, auch jetzt für die Astronomie. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich war auch gar nicht jetzt so als Kind, also es hat mich schon auch fasziniert als Kind, aber mich hat irgendwie viel fasziniert. Ich kann mich einmal erinnern, dass ich mir über den Mond Gedanken gemacht habe. Wahrscheinlich war ich schon in der Schule, aber ich war noch recht klein und mir gedacht habe, Moment mal, wenn der angeleuchtet ist von der Sonne, wenn der voll ist, dann müsste man den Vollmond ja eigentlich immer nur genau mitten in der Nacht sehen. Das war meine Überlegung. Und dann habe ich meine Mutter gefragt und meine Mutter so, nö, nö, den sieht man, den sieht man immer, den sieht man mal da. Und ich so, hm, okay. Habe ich nicht verstanden anscheinend. Und dann bin ich irgendwie Jahre später bin ich dann natürlich draufgekommen, dass es tatsächlich so war und da habe ich mir gedacht, ja, also das ist so ein so Unerlebnis. Aber an sich, ich war jetzt nicht so das Kind, das dann immer draußen war und den Sternenhimmel beobachtet hat. Nein. Ja, beim Mond kann ich mich auch sehr konkret erinnern, auch irgendwann zu Grundschulzeiten, dass ich ihn irgendwann morgens, so wenn man um sieben Uhr noch was auf dem Weg zur Schule war, den immer noch gut erleuchteten Mond gesehen und mich gefragt, wie kann das denn sein? Es ist doch Tag, was macht der da? Und da erinnere ich mich auch daran, dass dann viel, viel später, also keine Ahnung, mit 14, 15 irgendwann im Internet mal so eine Animation gesehen, wie der Mond um die Erde kreiselt und wieso das dann funktioniert. Und das war auch so ein sehr lautes Aha-Erlebnis, weil auf einmal macht es Sinn, also Sachen, dass man eine Solar Eclipse am Tag sehen kann. Also ja, offensichtlich, aber... Plötzlich ist dann, ja, dieses geometrische Verständnis dann da, gell? Das ist ein schönes Aha-Erlebnis, ja. So geht es den Kindern oft im Planetarium auch, weil wir fangen immer tagsüber an, also wir fangen immer quasi im Hier und Jetzt an und dann ist immer noch die Sonne am Himmel und dann lassen wir die Sonne untergehen und ich finde es am besten, wenn eben der Mond auch schon tagsüber zu sehen ist, weil das ist dann auch meistens ein Aha-Erlebnis. Das ist erstaunlich, gell? Man könnte glauben, das ist etwas, das sieht man dauernd am Himmel, oder? Das sollte eigentlich total offensichtlich sein, aber wie viele Leute glauben, dass der Mond genau dann aufgeht, wenn die Sonne untergeht und dass das einfach immer so ist und dann denkst du dir, wo habt ihr das her? Das ist, ja. Aber wenn man das dann mal so sieht in Zeitraffer quasi, wie die beiden über den Himmel rasen und man kann sich gut vorstellen, ah ja, darum haben die Leute lange Zeit geglaubt, dass wir genau in der Mitte sind, es sieht so aus. Und dann hat man aber auch plötzlich dieses 3D-Erlebnis, dieses Ach so, die stehen da so in einem bestimmten Winkel zueinander und so, es ist schon cool. Eine Sache zum Mond, die ich bei Florian gelesen hatte, da schrieb er über die Mondillusion im, ich glaube, neuesten Science Busters-Buch und also der Umstand, dass der Mond für uns sehr unterschiedlich groß erscheint, je nachdem, wo er gerade steht und dass das ja nicht daran liegt, dass der Mond immer mal wieder sehr nah zu und von uns wegeiert, sondern dass das einfach mit Referenzpunkten zu tun habe und da schrieben sie in dem Science Busters-Buch, die Illusion würde verschwinden, wenn man sich mit dem Rücken zum Mond stellt, sich nach vorne beugt und dann zwischen den Beinen durchguckt, also dass der Kopf dabei über Kopf ist. Ich habe das mehrfach gemacht und frage mich, ob sich in Österreich irgendwelche Leute ins Fäustchen lachen, dass ein paar Leser sich irgendwo auf den Acker stellen und dabei quatschig aussehen, weil sie versuchen herauszufinden, ob der Mond jetzt größer oder kleiner aussieht oder ob es wirklich so ist. Ich kann es schwer beurteilen, aber... Ja, die Idee war natürlich, dann irgendwie durch die Stadt zu gehen und dann plötzlich überall Leute zu sehen, die so dastehen in Richtung Himmel schauen. Ist nicht passiert, aber ja. Nein, das ist ein lustiges Phänomen, weil das ist wirklich, das macht wirklich nur dein Gehirn. Das macht nur das Gehirn und das ist eigentlich richtig schwer zu glauben. Es geht mir selber so, du siehst den Mond aufgehen, riesengroß und denkst dir, kann nicht sein. Aber wenn du dann, also du musst jetzt dich nicht wie ein Idiot irgendwie hinstellen, aber du kannst auch zum Beispiel einfach irgendwie eine Euromünze in der ausgestreckten Hand, zum Beispiel, daneben oder davor, vor dem Mond halten. Und das Ganze, wenn man die Geduld hat, irgendwie dann zwei, drei Stunden später nochmal machen und du wirst sehen, das Ding ist wirklich genau gleich groß. Es ist einfach nur unser Gehirn, das uns vorgaukelt. Wenn das Ding neben dem Kirchturm ist, der weit weg ist und groß ist, dann muss es noch größer sein. Eine Sache, nochmal um zu den ganzen Weltraumangstthemen zu kommen, ich hatte dir das im Vorgespräch auch gesagt, aber eine Sache, die mich auch beunruhigt, ist das Kessler-Syndrom. Das bezeichnet den Effekt, dass wir möglicherweise irgendwann durch das ganze Zeug, das wir in den Orbit bringen, nicht mehr den Orbit sicher verlassen können, weil zu viel Space Debris, also Weltraumschrott oder Weltraummüll dort rumkreist, dass es einfach zu gefährlich wäre, weitere Satelliten, Raumstationen und so weiter überhaupt nur in die Umlaufbahn zu bringen und vor allem ist es immer schwerer bis unmöglich wird, das Ganze zu verlassen. und ich nehme mal an, das ist etwas, was in der Beobachtung, also wenn man mit Teleskopen von der Erde ausschaut, noch nicht so ein großes Problem ist, aber wir haben ja immer mal wieder die Meldungen von wegen, auf der ISS mussten sie mit dem Daumen und dem Handtuch ein Loch verschließen, bis sie es richtig flicken konnten, weil da Müll eingeschlagen ist. Ich weiß nicht, ist das etwas, was dich wach hält, was dich umtreibt, dass wir uns möglicherweise durch unsere gescheiterten Forschungsansätze die Forschung der Zukunft verhageln? Ich würde nicht sagen, dass es die gescheiterten Forschungsansätze sind, sondern ich glaube, es ist hauptsächlich irgendwie, sind kommerzielle Projekte, wie zum Beispiel diese ganzen Internet, weltumspannendes Internet, Satellitengeschichten und so weiter. Der größte Anfall an Space Debris auf einmal war, als China zur Demonstration, dass sie es können, mit einer bodengestützten Rakete einen Wettersatelliten weggefeuert haben. Ja, ja, stimmt. Und dann hat Indien drei Jahre später gezeigt, dass sie es auch können. Und also ich habe großen Respekt vor China und Indien, danke für den ganzen Schrott, aber das sorgt halt dafür, dass auf dem gleichen Orbit neue Wettersatelliten ausbringen, ungemein schwieriger geworden ist, weil die dann einfacher kaputt gehen. Ja, es ist so, dass es, also für die Astronomie ist es jetzt noch nicht, wie du ja gesagt hast, so ein Problem, dass man dann irgendwie rausschaut und man hat da die ganze Zeit Müll vorm Blick fällt. So ist es nicht. Der Weltraum ist sehr, sehr groß. Aber das Problem ist ja das, dass du Dinge halt eben nur auf gewisse Umlaufbahnen auch bringen kannst oder dass gewisse Umlaufbahnen halt dann sich sehr gut eignen für gewisse Vorhaben und dass die dann halt quasi voll sind. Das stimmt. Und dass es eben vor allem auch total unkontrollierbar ist, was mit dem Zeug passiert. Und wenn man jetzt da natürlich rauffliegt und absichtlich Dinge Dinge in tausend Stücke zerschießt, dann ist das natürlich alles andere als zielführend. Ja, aber ich meine, es ist jetzt, da gibt es nicht wirklich, da gibt es noch nicht wirklich eine Lösung. Dadurch, dass das Problem jetzt noch nicht super aktuell ist, so machen wir es so in der guten Logik der Menschheit. Solange es noch nicht richtig, richtig dringend ist, ignorieren wir es mal. Ja, auch das, was du ansprachst mit Starling und dem weltumspannenden Internet, also die nennen sich ja dann immer Superkonstellationen und die Idee ist, mehrere zehntausend Mini-Satelliten auszubringen, die dann das Internet, also die Anfragen von Bodenstationen hin und her relayen können zu den Rechenzentren am Boden, was sehr cool ist. Aber das Problem ist, das findet nicht nur SpaceX sehr cool, sondern Blue Origin hat auch eine eigene Konstellation, die sie aufbauen, dann gibt es eine indische Konstellation, die aufgebaut wird, dann gibt es immer so geopolitische Konkurrenzdinge, also das hatten wir schon bei GPS, dass dann das Konkurrenzsystem GLONAS und Galileo gestartet wurde, einfach weil man den anderen nicht vertraut, dass sie es seriös weiter mit einem teilen. Ja, diese Überbelegung, das ist echt ein Grund, wofür wir endlich die Sternenflottenföderation brauchen. Ja, genau. Damit wir uns darauf einigen können, das System einmal in richtig und nicht dreimal in Beta-Version zu bauen. Es ist halt auch irgendwie so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, darf das einfach jeder, jeder, der genug Kohle hat, um da Dinge raufzuschießen? Hm. Ja. Auch eine Frage, die wir eben als Gesellschaft quasi uns überlegen und für uns beantworten müssen. Und also ich bin da auch ein bisschen hin- und hergerissen. diese Konkurrenz im Space Race für diese ganzen Milestones wie den ersten Menschen im Orbit, den ersten Menschen überhaupt in der Grenze zum Weltall, was ja auch schwer debattiert ist, ab welcher Höhe man sich wirklich im All befindet. Also es gibt ja die 70 und die 100 Höhenkilometer, über die immer wieder gestritten wird. Vor allem von Leuten, die dann Jeff Bezos absprechen wollen, wirklich im Weltall gewesen zu sein. Nur aus dem Grund würde ich auch mitmachen. Du warst nicht im Weltraum. Ja, es ist ja auch irgendwie, eigentlich ist es ja in Wirklichkeit irrelevant. Also ja, gut, für sowas nicht. Um sich Astronaut zu nennen, dann muss man in, was ist es, 82 Kilometer Höhe, glaube ich, gewesen sein. Das ist die offizielle Astronautendefinition der NASA. Das ist alles ein bisschen Augenauswischerei. Auch bei der Frage von wegen, wie viele Tage man auf den Raumstationen war und dann teilweise Nationen rechnen mit, einmal die Erde umrunden, zählt schon als Tag. Und dann hast du Leute, die halt mit 90-Minuten-Tagen gegen Leute mit 24-Stunden-Tagen antreten. Also ja, da gibt es viel, um zu zeigen, also halt reines Geprotze, bei dem ich mir denke, dass, also ich würde es gerne massiv regulieren und verbieten, weil, also ich finde cool, dass der Kampfpilot Juri Gagarin erfolgreich um die Erde gezimmert ist, weil das so etwas ist, das wirkte zum Zeitpunkt zu unvorstellbar und dann haben die das halt einfach mal gemacht und geschafft. Und angeblich auch war der direkt der erste Versuch, der bemannt war, ohne einen Todesfall. Das sind so Dinge, in Verschwörungstheorien zur Raumfahrt kann man sich ja ewig eingraben. Somit ist eine Parallelmission der Sowjets gescheitert und wurde einfach nie bekannt gegeben. Also war das wirklich der erste Start und war der Teststart davor vielleicht nur ein angeblicher Teststart und ist missglückt und da war schon ein Mensch drin und so. Das sind Dinge, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen mein persönliches Fantasy, so wie andere sich in Lord of the Rings oder so rein nerden, nerde ich mich in theoretische Konstellationen über Verschwörungen über bemannte Raumfahrt rein. Respekt. Meine Lieblingstheorie ist, dass nur die erste Mondlandung echt war und sie danach mit dem Wissen der Mondlandung das Ganze im Studio gefälscht haben, weil es viel zu riskant gewesen wäre, nochmal Menschen hochzuschicken. Macht ist sie ihn eigentlich. Ist jetzt nicht so eine, ist nicht eine der blödesten Verschwörungstheorien, muss man sagen. Allein wenn man, wenn man sich anschaut, welche wissenschaftlichen Experimente auf die erste Mission mitgenommen wurden, dann stand ja, also wirklich vorneweg stand nicht Erkenntnisgewinn, sondern Demonstration. Also eine Feder und einen Hammer zeitgleich fallen zu lassen, ist es jetzt nicht so, dass die Welt der Physik sich auf einmal überschlagen hat vor Begeisterung, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Endlich wissen wir es, ja. Ja. Gott sei Dank. Vorher hatten wir ja noch nie so etwas wie ein Vakuumfallturm. Wie hätten wir es je rausfinden können? Ja. Aber das ist auch so eine der Sachen. Du hattest dich ja im letzten Jahr für was bei der ESA im Rahmen der, was ist der richtige Begriff? Ich sage immer bemannte Raumfahrt, aber ich glaube, der Begriff ist umstritten, weil wenn Frauen in der Raumfahrt sind, Mittlerweile nicht mehr nur Männer dabei sind, ja. Ja, ich, also ich, also bemannt kommt ja etymologisch vom Begriff Mensch, aber ich verstehe, wenn Leute sagen, sie wollen da was anderes. Ich habe nur keinen bisher guten Begriff gehört. Also ich habe vor der Sendung das tatsächlich nachgeschlagen und ich finde personengeführte Raumfahrt klingt sehr viel umständlicher als bemannte Raumfahrt, aber du, du hast dich dafür beworben. Für was hast du dich denn da beworben? Ich habe mich ja beim letzten Call der ESA als Astronautin beworben. Die ESA macht das irgendwie so alle 15 Jahre in etwa, das letzte Mal 2008, also davor das letzte Mal. Und ja, 2008 habe ich schon schwer überlegt, war schon irgendwie so, aber da habe ich ja gerade erst gerade meine Disse irgendwie fertig gemacht und habe gerade gesehen mit der Forschung, also der richtigen Forschung, so jetzt nicht mehr an der Uni, sondern unabhängig, alleine und so weiter. Ich mache Forschung, gerade erst begonnen und da war noch nicht so der richtige Zeitpunkt da, um das jetzt auch wieder abzubrechen quasi. Und dann habe ich mich nicht beworben, aber es hat mir irgendwie leid getan. Und dann kam der neue Call raus 2021 und ich habe mir gedacht, so, also jetzt oder nie, weil die Allerjüngste bin ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Und dann war ich bei der fliegerärztlichen Untersuchung tatsächlich, um zu schauen, ob das auch, das braucht man ja, ob das auch quasi körperlich zumindest annähernd passen könnte. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, ist, dass man ja ein abgeschlossenes Studium und diese Untersuchung hat. Dann kann man sich bewerben. Und dann habe ich es einfach probiert und das ist ja total easy eigentlich. Du brauchst einfach nur ein Motivationsschreiben, ein einseitiges und musst da irgendwie so einen doofen Fragebogen online ausfüllen, der irgendwie extrem allgemein gehalten ist. Und ja, dann habe ich das gemacht und es ist leider nichts daraus geworden, weil sich ja irgendwie 22.000 andere Leute auch beworben haben für die fünf oder sechs Stellen oder wie viele es im Endeffekt dann waren. Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht, obwohl es natürlich auch absehbar, muss man dazu sagen, dass ich vielleicht nicht als Astronautin noch eine zweite Karriere hinlegen werde. Aber gut, ich muss das probieren. Ja, und ausgeschlossen ist es ja immer noch nicht. Naja, also ich glaube, ich müsste jetzt Jeff Bezos befrienden und das ist eher unwahrscheinlich. Aus diversen Gründen. Aber lieber Bezos als Musk, also das ist ... Ja, das ist echt, echt tough call, oder? Wer von den beiden ... Boah. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hier ist ein ... Also alleine, um auf Elon Musk rumzuhacken, reden wir hier sehr positiv über Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Zum Beispiel hat Jeff Bezos ja Teile seines Gelds benutzt, um mit der Bezos Expedition Fund die Triebwerke der Apollo 11-Mission aus dem Meer rauszutauchen. Also so andernorts ... Tatsächlich? Ja, ja, andernorts sind so schwere Problemfragen wie, kriegen wir genug Geld zusammen, um unser Trinkwasser sauber aufzubereiten. Aber wenn du in Dimensionen wie Jeff Bezos Geld hast, dann hast du auch Probleme in Dimensionen wie Jeff Bezos. Und dann denkst du dir, Raumfahrt ist cool. Ich möchte diese Triebwerke haben. Und dann baust du deine eigenen Kran- und Tauchboote und suchst die monatelang. Und das hat erfolgreich funktioniert. Man kann sich in so einem Privatmuseum von ihm in Seattle und im Raumfahrtmuseum bei Houston kann man sich die zwei Triebwerke anschauen, die sie geborgen haben. Und auch das wieder unfassbar cool, dass man die überhaupt finden konnte. Aber ja, auch so ein bisschen Teil der Sinnlosigkeit von den ganzen Milestones der Raumfahrt. Also ich finde, es rundet das Ganze gut ab. Ja, unglaublich. Ich finde es jedes Mal immer so, wenn ich dann ein bisschen Zeit zum Nachdenken habe, was nicht so oft passiert, so ein bisschen vorausdenke in die Zukunft, denke ich immer, es wird uns so peinlich sein, quasi rückblickend, dass wir damals, das ist das 20., beginnende 21. Jahrhundert, dass wir damals das als Gesellschaft so zugelassen, haben und sogar für gut und erstrebenswert befunden haben, dass es Menschen, einzelne Menschen, Einzelpersonen gibt, die so unfassbar viel Geld haben. Oder dass wir da nichts dagegen tun. Oder dass wir das nicht irgendwie, ja, in den Griff kriegen. Meine persönliche Angst, wenn es um so Weltraum-Artefakte und Relikte geht, ist, dass Elon Musk SpaceX dazu benutzen wird, dass man ihm die US-Flagge von Apollo 11 vom Mond her holt, nur um sie zu haben und damit anzugeben. Wenn er das könnte, würde er das machen. Ich meine, er arbeitet ja gerade an seiner Mondlandefähre, nicht besonders erfolgreich, noch. Was ich auch so verrückt finde. Diese Vorstellungen, ach Mann. Also SpaceX ist ja ein Laden, die wirklich hochkarätige Ingenieure und Raumfahrttechniker rekrutiert haben aus der ganzen Welt. Und da würde man ja eigentlich erwarten, also die Leute, die da arbeiten, wollen ja vermutlich auch einen guten Job machen. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viel Medienrummel passiert und wie viele Rückschläge. Also allein das mit seinem Starship, mit dem er dieses Jahr die erste bemannte Mission Richtung Mars schicken wollte. Und sie sind noch nicht mal in der Lage, ihren Orbitflug richtig zu machen, ohne dass das Ding auseinanderplatzt. Also da ist noch viel zu gehen. Und dann vor allem mit der großen Frage, warum. Und das ist auch etwas, was ich dir nicht so wie Elon Musk, aber doch auch die Frage stellen würde, warum braucht es Menschen im Weltall? Also wenn man sich auf die Position als Astronautin bewirbt, dann wird man ja irgendein, also ich finde das super cool. Das ist nicht die Frage. Die ISS ist ein Hackspace, der in 90 Minuten um die Erde donnert. Also ich würde auch gerne mal rausschauen. Aber das kann ja nicht die einzige Rechtfertigung sein. Und zu sagen, ich glaube, bemannte Raumfahrt ist sinnvoll. Und da denke ich, wirst du, wenn du dich dafür beworben hast, ja einen anderen Ansatz zu haben. Also es ist schon auch quasi die pure Faszination, die mich da irgendwie da motiviert hat. Das muss ich zugeben. Also einfach dieses da auch selber mal rauffliegen, die Erde von oben zu sehen, aus diesem Rundumfenster da zu blicken und in 90 Minuten mit 27.000 kmh um die Erde zu rasen. Das ist, ich finde das schon per se natürlich sehr reizvoll. Aber es hat natürlich für die, ich meine, diese, wie du sagst, der Hackspace, dieses Forschungslabor, das hat natürlich einen Grund, dass die Leute da oben sind. Nicht, weil es dort so schön ist, also schon auch, aber das ist ein Labor, das ist eine Forschungsstation und dort kann man halt einfach Dinge machen, die man auf der Erde so nicht machen kann. Und das, also es gibt viele andere Gründe. Es gibt diese ganze, also natürlich die Motivationsgeschichte, was mit dem, was mit dem, dem Weltraum und mit den Menschen im Weltraum an Motivation generiert werden kann, für junge Menschen, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und auch in solche Berufe zu gehen, die mit Wissenschaft zu tun haben. Das allein ist auch schon wieder ein separater Komplex an Gründen, die wir haben. Ich glaube, es ist einfach auch die Sache, dass wir das machen als Menschheit, wir das machen wollen, wir das machen müssen. Wir müssen darauf, einfach weil es quasi diese obere Hälfte ist, unter uns die Erde, eine Hälfte und die andere Hälfte ist irgendwie so. Und wir müssen da einfach rauf, wir haben keine andere Wahl, oder? Also ich schaue immer mal wieder, wenn ich in Rechtfertigungsnot für bemannte Raumfahrt komme, schaue ich immer mal wieder auf die Webseiten der NASA, wo sie auflisten, welche ganzen Publikationen aus der Forschung auf der ISS hervorgegangen sind. Und das stimmt, da sind coole Sachen bei. Da sind dann aber auch immer wieder Sachen bei, die extrem teuer sind. Also wenn du dir anschaust, also wie viele hunderttausende Dollar in Publikationen für Forschung auf der ISS gesteckt werden und wie wenige zehntausend Dollar man über Monate beantragen muss, um Experimente hier auf der Erde zu machen, dann fühlt sich das schon auch immer so ein bisschen nach, also mit den eigenen Forschungserfolgen protzen an. Und dann frage ich mich auch oft, die ISS als wirklich cooles Labor, braucht sie so viel Personal, wie da oben ist? Und braucht sie das Personal, das da oben ist? Und also vor allem als so Qualifikationsbedingungen so etwas waren, wie zum Beispiel Russisch zu sprechen, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ein Kriterium wäre, nachdem ich Leute aussieben würde. Eine der Sachen, die mir da auch immer ein bisschen schwerfallen, da wirst du bestimmt auch eine Meinung zu haben als Wissenschaftskommunikatorin. Es gibt auf der ISS im Privatgepäck immer mal wieder so Geschichten, dass sie sich zu vor allem Halloween so Sachen mit hochschicken lassen, wie T-Shirts, mit denen sie dann so tun, als würde man sich verkleiden. Also dass sie dann zu Halloween das extra T-Shirt anziehen mit dem Spider-Man-Motiv oder so, mit der Ansage, damit würde man ja junge User auf Social Media erreichen und für Raumfahrt begeistern können, wo ich mir denke, also ich bin verdammt begeistert davon, dass da überhaupt ein Labor um die Erde kreist. Warum muss ich denn jetzt da noch ein Kostüm anziehen? Oder also Demonstrationen von wegen, wir haben eine Salami-Pizza auf der ISS gebacken. Das ist verrückt, aber auch schwer zu legitimieren. Naja, es ist halt so ein bisschen die Alltagserfahrungen, die jeder hat, die die Erdbewohner haben, um die da irgendwie als Hook zu verwenden, um zu den Leuten eine Verbindung, eine zusätzliche Verbindung noch herzustellen. Also das T-Shirt verstehe ich jetzt auch nicht so sehr, die Pizza schon. Also Astronauten und Astronautinnen wollen ja auch mal was Ordentliches zu sich nehmen. Worum geht es in der Vermittlung? Es geht darum, eine Beziehung zu Leuten herzustellen. Und wenn du irgendwie glaubst, dass Astronauten und Astronautinnen total abgehobene Leute sind, die mit mir nichts zu tun haben, dann wird dich das nicht interessieren. Und ich glaube, dass die Pizza vielleicht eine Art ist, da einfach dieses Wir sind auch nur normale Menschen so zu transportieren. Das finde ich so spannend, in den unterschiedlichen Kommunikationen. Also der erste Astronaut aus Deutschland, das war ja der Sigmund Jahn aus der DDR. Und der erste Westdeutsche war Ulf Merbold. Und wenn man sich anschaut, wie über die beiden gesprochen wurde, also in der DDR-Veröffentlichung dazu war das dann, guckt, wohin unser Arbeiterstaat uns geführt hat. Wir sind an der Spitze der menschheitlichen Forschung. Und deswegen haben sie auch jede Menge Spielplätze in Raketenform und so gebaut, um zu zeigen, wie der Fortschritt der Menschheit liegt im Weltall, während hingegen in der BRD das Ganze verkauft wurde, als der Fortschritt der Menschheit liegt in der Kooperation mit den USA. Und das ist super spannend, im Nachgang sich anzuschauen, wer da wie im Prinzip selbe Aktionen völlig anders verkauft hat. Ja. Es ist halt auch dann, dass das damals halt auch noch andere, überhaupt andere, ein anderer Menschentypus quasi war. Also da hat es dann schon gerade so begonnen, sich ein bisschen zu ändern. Das waren Wissenschaftler, das waren jetzt nicht mehr so die Cowboys, die da irgendwie rauffliegen, obwohl sie eine 50-prozentige Todeswahrscheinlichkeit haben. Ja, nicht mehr die rekrutierten Kampftestpiloten, sondern halt auch Leute, die einen wissenschaftlichen Hintergrund hatten. Das ist übrigens einer der Orte, den ich sehr empfehlen würde für alle Leute, die sich für Raumfahrt interessieren. Im Haus der Geschichte in Bonn ist im obersten Stockwerk, weil natürlich das oberste ganz oben, sind als Raumfahrt-Devotionalien der Anzug von Sigmund Jähn und ein Stück vom Mond ausgestellt. Immer wenn ich da bin, endet es dabei, dass man so zwei, drei Stunden durch die ganze Ausstellung schlendert und dann eine halbe Stunde fasziniert vor diesem Stück Mond stehen zu bleiben, weil näher als diese 15 Zentimeter durchs Plexiglas kommt man ihm eh nicht. Also so oft, wie ich mit Leuten schon davor stand, die meinten, ja, also so ein Stück Stein, das finde ich dir hier auch um die Ecke. Und dann darüber zu debattieren, kann es wirklich sein? Ist das ein echtes Stück Stein? Würde ich ein Replikat erkennen? Und so weiter. Aber ich finde, die Faszination, dem Mond so nah zu sein, ist mit das Highlight in diesem Museum. Ja. Und auch, wie dunkel dieses Mondgestein ist, oder? Also das hat mich beeindruckt, wie ich das erste Mal ein Stück Mond gesehen habe. Das ist fast schwarz, ne? Das ist richtig dunkelgrau. Man denkt sich immer, der Mond ist hell, aber gut, er ist hell, aber es ist halt auch nur, weil so viel Sonnenlicht auf die Mondoberfläche fällt, dass das sogar das dunkle Gestein irgendwie hell erscheint. Ich glaube, der Begriff ist Regolith für das Mondgestein, oder zumindest für ein Teil des Mondgesteins. Das ist halt die oberste Schicht quasi, dieser Staub. Und da gab es jetzt letztens eine Publikation Anfang des Jahres, dass die Weltraumforschung rund um Jeff Bezos haben aus Bestandteilen von Regolith angefangen, fotosensitive Zellen zu bauen für Solarzellen. Was schon verrückt ist, weil es halt dieser Idee immer näher kommt von wegen, wir schicken einfach einen Rover mit einem guten 3D-Drucker hoch und der macht dann aus den Steinen Dinge, die Strom machen, um dort eine Station zu versorgen. Ja, das ist ja auch der Plan des chinesischen Mondprogramms im Endeffekt, sich eine Mondbasis 3D zu drucken. Schon eine lustige Idee, wenn man sich das so vorstellt. Aus so einem archaischen Motiv verstehe ich das. Es geht mir mittlerweile immer so, wenn ich mal wo bin, wo man schön in den Himmel gucken kann und ich sehe nachts den Mond, dann denke ich mir eigentlich immer, wie irre ist es, dass da Menschen drauf waren. Und entsprechend kann ich auch verstehen, dass bevor da Menschen drauf waren, man noch da gesessen hat und sich gedacht hat, wie irre wäre es, wenn da jemals Menschen drauf könnten oder auch noch 100 Jahre vorher so in den Kreisen, in denen Jules Verne diskutiert wurde mit der Frage, was ist, wenn es dort oben eine andere Zivilisation geben könnte, weil es ist ja auch so schön von der Sonne beschienen, das Potenzial wäre ja da. Also ich verstehe die Faszination für den Mond. Ich verstehe auch, dass man da einmal hingeflogen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, dass man dann so oft da hingeflogen ist. Also die Amerikaner sind ja innerhalb von drei Jahren mehrfach auf dem Mond gelandet und nach hinten raus wurden die Erkenntnisse immer dünner und es wurden eigentlich immer mehr Missionen, um zu zeigen, wir haben jetzt bessere Kontrolltechnik für unsere Panel und wir haben noch mehr Mondgestein eingesammelt. und ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn es jetzt um die Artemis 2 Mission geht und die war ja auch für 24 angesetzt, aber scheint sich ja nach hinten raus zu verschieben. Ich verstehe nicht ganz, was der Mehrwert davon ist, jetzt wieder auf den Mond zu fliegen und ich habe mir dazu mal die Artemis eigene Publikation angeschaut, also was die NASA so rausgibt und da sagen sie We are going back to the moon for scientific discovery, economic benefits and inspiration for a new generation of explorers. The Artemis generation while maintaining American leadership in exploration, we will build a global alliance and explore deep space for the benefit of all. Und sagen wir mal so, economic benefits verstehe ich in der Raumfahrt, Dinge zu klassifizieren ist aufwendig, teuer, viele Leute sind da beschäftigt, viele Leute verdienen da mit Geld und das ist auch okay. Wobei nebenbei dann da ja immer wahnsinnig viel Kriegstechnik mit rausfällt. Scientific discovery, scientific, also allein der Begriff science ist im englischen Sprachraum ja nochmal eine ganze Ecke schwammiger. Also wenn man sich anschaut, was alles so unter Science Communication durchgeht und sie machen dann einfach nur Bumm und Zisch, das ist ein weit gefassterer Begriff. Und naja, Inspiration for a new generation, da bin ich mir nicht sicher, ob es dafür wirklich Menschen braucht, weil ich, also das sind jetzt irgendwie noch nicht so Dinge, bei denen mich was anspringt, wo ich sagen würde, das braucht es auf jeden Fall. Und als einziges wirkliches wissenschaftliches Argument, und da würde ich dich als Astronomin gerne zu fragen, sie schreiben unter anderem Allerdings. Das leuchtete mir ein, aber braucht man dafür Menschen? Kann man das nicht, kann man das nicht mit rovern oder sonst irgendwie dort landen? Die, ja, naja, aber die, die Frage ist halt auch, was macht man, wenn was schief geht? Also, okay, jetzt mal abgesehen von all diesen, von all diesen Motivationsgeschichten und vielleicht kriegt man das mittlerweile oder dann, wenn es, wenn es soweit ist, wenn das Radioteleskop auf der Rückseite des Mondes gebaut wird, auch schon mit irgendwie künstlicher Intelligenz und so weiter hin, aber ein Mensch kann reagieren, ein Mensch kann improvisieren, ein Mensch kann Entscheidungen treffen, die dann irgendwie vielleicht anders sind, als die einer Maschine, oder? Es ist irgendwie einfach gut, Leute vor Ort zu haben, die das, die quasi, das von mir aus beaufsichtigen oder das große Ganze da im, im, im Auge haben. Ich weiß nicht, natürlich könnte man sagen, eigentlich braucht man die Menschen nicht. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja auch so mittlerweile mit den großen Teleskopen auf der Erde. Du brauchst die Menschen ja dort eigentlich nicht. Trotzdem sitzt dort meistens doch noch jemand und drückt auf einen Knopf. Da möchte ich mich übrigens nochmal für bedanken. Ihr hattet im Das Universum Podcast eine Frage von mir thematisiert. Das ist jetzt auch wieder fast zwei Jahre her. Noch länger, drei Jahre. Da hatte ich euch die Frage eingereicht, weil ich es irgendwann mal nebenher hörte und es nicht ergoogeln konnte. Aber du warst ja in Chile. Ich hatte gelesen, dass wegen der niedrigen Sauerstoff, also weil dort so wenig Sauerstoff ist, oben in den Observatorien, hätte man größere Interfaces verbaut, damit die Leute nicht so einfach falsche Knöpfe drücken. Und ich fand das immer plausibel, aber hatte das halt nur irgendwo in irgendeinem Gespräch irgendwann mal gehört und war nicht in der Lage, es zu überprüfen. Und dann hattest du ja gesagt, mittlerweile sind einfach sehr wenige Knöpfe zu drücken. Es sind halt auch keine Knöpfe, sondern es sind Bedienoberflächen auf deinem Bildschirm. Also man klickt da schon drauf, aber ja. Ich kann mich erinnern an die Frage, ja. Ja, du hattest es verneint, was mich unzufrieden zurückgelassen hat, weil ich jetzt bei der Erkenntnis angekommen bin, nicht mal die Leute, die da waren, sprechen über die großen Knöpfe. Es muss also eine tiefere Bewandtnis mit ihnen haben. Also das fand ich super, dass ihr da so eine intensive Interaktion mit den Hörerfragen in eurem Podcast habt. Und ich denke mir auch bei sehr vielen Fragen, dass sie mir in irgendeiner Form schon mal auf den Nägeln gebrannt haben oder ich jetzt auch nichts Schlaues dazu sagen könnte. Und dann kommen Antworten, die doch sehr erfrischend sind, jetzt auch in der letzten Folge, wo ihr was zur Ausdehnung des Universums hattet und so weiter. Das war alles sehr erhellend. Das freut mich. Das ist der Grund. Für mich ist das der Hauptgrund, diesen Podcast zu machen, die Fragen zu beantworten. Eigentlich, ja. Ist das, was mir am meisten Spaß macht eigentlich auch, wenn ich genau drüber nachdenke? Und das Lustige ist ja auch, dass diese, wir stellen uns ja diese Fragen mehr oder weniger unvorbereitet. Das sind wirklich irgendwie so. Man kann natürlich immer eine Frage noch viel besser beantworten, wenn man sie recherchiert. Aber das ist dann auch irgendwie fast ein bisschen langweilig, weil irgendwie, ja, recherchieren kann ja eh auch jeder. Und so finde ich, ist das Ganze noch ein bisschen. Wenn dem so wäre, wenn dem so wäre, dann hätten wir jetzt wirklich die internationale Star Federation. Naja, man kann halt mit der Information oft nicht so viel anfangen oder man kann sie nicht einordnen. Das ist ja das. Man muss Informationen auch einordnen können und das ist halt vielleicht das, was wir dann schon besser können. Aber dass es spontan ist, ich habe ja, ich habe großen Respekt vor den Büchern und der Arbeit von Florian Freistetter, aber ich habe dann immer so ein bisschen Zweifel, ob dieser Mensch überhaupt echt ist, wenn man mal sieht, was er auf Strava für irre Distanzen laufen geht. Also es fühlt sich einfach an, als hätte er Energie für zwei. Und deswegen dachte ich auch immer, das ist so unfassbar gut vorbereitet, weil jetzt zu wissen, dass er das, also dass ihr das weitestgehend spontan vortragt oder ich nehme mal an, mit nicht viel Vorbereitung, das beeindruckt noch mehr, weil dafür sind die Antworten oft sehr aufschlussreich und umfangreich. Es ist in der Astronomie, muss ich jetzt schon nochmal zugeben, auch ein eher leichtes Spiel, weil ja die, ich sage jetzt nicht, dass die Leute keine Ahnung haben, oder dass die Fragen alle irgendwie blöd sind oder zu easy, aber es ist mit ein bisschen erlerntem Wissen, was man ja hat, nachdem man da irgendwie zehn Jahre an einer Uni verbracht hat und so weiter, dann leicht auch Fragen zu beantworten, weil Leute einfach doch ein eher niedriges Level an allgemeinem Wissen über den Weltraum haben. Also es ist jetzt so, dass in anderen Bereichen, in anderen Disziplinen, wo sich quasi Amateure, sagen wir jetzt mal, besser auskennen, wahrscheinlich schwieriger, das so zu machen, weil über Literatur, über Kunst, über Kultur, da wissen Leute viele, ja oft, aber über Wissenschaft, über Wissenschaft, wissen Leute wenig, das ist so, nicht so Teil unserer allgemeinen Bildung und ganz im Gegenteil, oft sagen Leute, die sich in anderen Bereichen gut auskennen, uh, Wissenschaft, na, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Informationen, die man gehört hat und so als Anekdoten wieder aufrufen kann und dem tatsächlichen Verstehen. Also ich glaube, die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis, die auch als Raumfahrt und Astrophysik-Nerds sich bezeichnen würden, die haben wahnsinnig viele Anekdoten gesammelt, die sie wiedergeben können, das sind auch interessante Dinge, aber die wenigsten können dir vermutlich im Detail erklären, wie das dann funktioniert, mit so einer Spektralanalyse rauszufinden, was genau in diesem Stern sich da gerade verbrennt und dementsprechend stehen, stehen wir dann mit unserem anekdotischen Wissen immer mit offenem Mund vor Leuten wie dir und Florian, die dann ganz nebenbei erklären, ja und mit der und der Methode hat man so und so rausgefunden, dass da ja so und so viel Helium drin ist, weil ich dann denke, das klingt interessant, aber ich könnte jetzt, also ich könnte bestimmt, wenn ich es mir zu meiner Lebensaufgabe mache, auch nachvollziehen, warum das so ist, aber ich kann es halt nicht so sehr aus dem Stehgreif nachvollziehen, wie ich aus dem Stehgreif nachvollziehen kann, wenn zum Beispiel in der Etymologie jemand dir erklärt, das Wort haben wir da in der Form gesehen und 20 Jahre später in der Form und in der Form und deswegen heißt dieses Wort heute das, obwohl es mal so und so anfing, das ist irgendwie sehr leicht greifbar, also da sind die Quellen sehr einfach zugänglich im Vergleich zu so Sachen wie halt Spektralanalysen. Wobei, wäre nicht notwendig, weil eigentlich ist ja das, also das, was hinter einer Spektralanalyse steht, ist ja total simpel in Wirklichkeit. Das sind ja nur Elektronen mit unterschiedlichen Energien, also wenn man das auch irgendwie mal vielleicht schon früher in seinem Leben in einem spannenderen Physikunterricht, als die meisten von uns hatten, gehört hätte, dann würde man sich da vielleicht mit diesen Konzepten auch gar nicht so schwer tun. Also ich habe das Gefühl, dass die, dass Leute zu viel Respekt vor diesen Konzepten haben, die natürlich teilweise schon mathematisch sind, also wenn man dann immer, wenn man in die Tiefe geht, dann wird es immer, dann wird es immer kritisch. Dann steige auch ich schnell aus, also das ist, die Details sind immer, da ist immer der Hund drinnen, wenn man das sagt. Aber so diese Konzepte und so grob, was da vor sich geht, das ist eigentlich etwas, wovor man auch keine Angst haben muss. Ja, also ich hatte das große Privileg, durch eine Verkettung glücklicher Umstände einen Physik-LK mit fünf Leuten und einem sehr begeisterten Lehrer zu haben und eigentlich würde ich sehr viel mehr Menschen das wünschen, dass man sich in sehr kleinen Gruppen mit informierten, begeisterten Menschen hinsetzen kann, um Physik zu lernen, weil das wirklich etwas ist, was den Leuten fehlt. Also wie oft ich mit Leuten, die ansonsten ja auch formal gebildet sind, in Unterhaltung stecken bleibe, wo es dann darum geht, dass sie also sowas wie Luftwiderstand nicht verstehen. Also die beliebte Debatte von wegen bei den Mythbusters tausendmal thematisiert, wenn eine Penny-Münze vom Empire State Building fällt, kann sie dich erschlagen? Ja, nein, warum nicht? Und wenn man dann einfach ein Gefühl dafür hat, dass es so Dinge wie Lufttreibung und so gibt und damit auch relativ schnell zu dem Ergebnis kommen kann, das wird schnell, aber das wird nicht letal, dann stehen die Leute... Ordentlich wehtun wird's schon, ja. Ja, ja schon, ich würde es auch erst vermeiden, aber ich glaube, es ist relativ, also das ist noch so eine der Sachen, da kann man relativ easy nachvollziehen, warum es nicht tödlich ist und das ist schon etwas, wo viele Leute dann lieber in Spekulationen aussteigen und es dann anekdotisch hängen bleibt bei, mir ist mal beim Handwerken aus zwei Metern eine Schraube auf den Kopf gefallen, das tat sehr weh, also wird, wenn es aus 200 Metern fällt, das sicherlich den Kopf durchdringen. Also ich verstehe, wie man zu solchen Annahmen kommt, aber ich würde auch begrüßen, wenn es da mehr allgemeine Bildung gäbe. Zum Thema allgemeine Bildung noch ein Schwenk kurz zu deinem Planetarium. Du wirst ja vermutlich viel mit so Superlativen gefragt, weil wenn man über das Weltall redet, dann wollen die Kinder vermutlich als allererstes immer die orksten Dinge wissen, was ist das hellste, größte, weiteste, schnellste. Was sind da, würdest du sagen, so die Highlights, was sind die Fragen, die den Kids unter den Nägeln brennen und über die alle informiert sein sollten? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist mit den Kindern, das ist wirklich lustig, weil die haben keine Scheu vor Fragen und die haben nicht dieses Gefühl, dieses diffuse Gefühl, dass wir Erwachsene haben, dass wir das eigentlich schon wissen sollten. Das ist ja das, was uns total im Weg steht. Dieses, ich sollte das eigentlich schon irgendwie. Und dann, wenn man dieses Gefühl hat, akzeptiert man auch eine Erklärung, eine schlechte Erklärung, irgendwie viel schneller, ohne dass man sie wirklich verstanden hat. Und bei den Kindern ist das nicht so. Den Kindern fragen etwas und ich sage irgendwie so eine Standardantwort und das Kind sagt, ja, aber Moment. Wieso? Das heißt ja das. Und immer so, okay, ja, na eh, da muss ich jetzt nochmal irgendwie mir was anderes überlegen. Was die Kinder immer sehen wollen, was aber auch die Erwachsenen eigentlich immer sehen wollen, sind die schwarzen Löcher, natürlich. Das ist so ein Dauerbrenner. Weil es halt auch die absurdesten Objekte sind, ja, klar. Ja. Und es ist aber, ich finde ja am interessantesten eigentlich, wenn es gut klappt, eine Gruppe, eine gemischte Gruppe aus Kindern und Erwachsenen, weil dann haben die auch die Erwachsenen mehr davon, weil die Kinder genau die Fragen stellen, die eigentlich die Erwachsenen auch gern beantwortet hätten. Alle, die die gleichen Fragen haben, ja. Aber was bei den Kindern auch oft kommt, sind so ganz grundlegende Sachen. Das finde ich auch sehr spannend. Also die Kinder haben so eine grundlegende Art, Dinge zu hinterfragen, die Erwachsenen vielleicht nicht mehr haben oder es sich eben nicht mehr trauen, ja. Also zum Beispiel dieses mit dem Gasplaneten, so wie kann das ein Planet sein, wenn es Gas ist, wie hält sich das zusammen, wieso ist das alles rund, ja. Das ist ja auch eine exzellente Frage. Ja. Und das kommt bei Kindern eigentlich immer, das kommt bei Sechsjährigen, Sechsjährige fragen, wieso ist das alles rund da draußen, ja. Das ist schon spannend, man unterschätzt Kinder total und darum arbeite ich eigentlich ja auch sehr gern mit jungen Menschen, ja. Was mir immer wieder das Hirn verrenkt, ist etwas, worüber sich, also ich fühle mich dann nicht so schlecht, weil man ist in guter Gesellschaft. Schon Hegel ist über Creatio ex nihilo gestolpert, also das Erschaffen aus dem Nichts. Die Frage, wie kann es sein, also aus was ist der Urknall gekommen und wie kann es sein, dass Raum etwas ist, was sich immer weiter ausbreitet, das sind so Dinge da, also ich merke, ich kann da fast nicht zuhören und ich kann auch viele Erklärungen zumindest nachvollziehen, dass sie in sich selbst nicht unlogisch sind, aber also da geht mein Gehirn wirklich dran kaputt. Wie ist das bei dir? Hast du dich damit abgefunden? Hast du eine geheime Antwort, die ihr Astronomen der Welt verheimlicht? Ja, naja, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass die Wissenschaft alles erklärt und den Grund für alles herausfindet und die Wirklichkeit und die Realität und so wie es echt ist. So ist es nämlich nicht. Was den Urknall angeht, der Urknall, also wie das Universum begonnen hat, damit beschäftigt sich ja eigentlich die Wissenschaft, abgesehen von ein paar speziellen Menschen, nicht wirklich, also der Urknall ist quasi das, was danach passiert ist. Der Moment, dieser Kreationsmoment, oder wie man das nennen mag, darüber wissen wir eigentlich nichts. Also die Urknalltheorie besagt ja auch nur, dass das Universum einmal in einem extrem dichten, extrem kleinen, extrem heißen Punkt fast war. Also das ist das, was die Urknalltheorie sagt. Und das wissen wir, dass das so war. Aber wie, woher das kam? Also es ist nicht aus Nichts entstanden, sondern natürlich aus Energie. Aber könnte man natürlich dann sagen, woher kam diese Energie? Ja, also ich fahre in den letzten Monaten sehr gut mit der These von Joscha Bach. Der ist vor allem Philosoph und forscht im Bereich KI und Computer. Und er sagt, für ihn wirkt das alles, als hätte irgendein kosmischer Nerd eine Physik-Simulation gestartet. Und wir sind halt so eine Flughäfe in dieser Physik-Simulation. Und ich meine, der Gedanke ist schon verlockend, wenn man sich überlegt, wie kohärent die Gesetze in sich sind. Also das wird davon ausgehen, dass zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit überall im Universum als Konstante vermutlich existiert. Und es Grund zu der Annahme gibt, dass das so ist. Oder auch so Sachen. Gravitation, man kann sehr gut beschreiben, wie sie funktioniert. Aber auf die Frage, warum gibt es Gravitation, wird man keine zufriedenstellende Antwort finden. Weil Gravitation ist nichts, was mit einer Absicht gebaut wurde. Und deswegen gibt es einen klaren Grund, warum man es eingeführt hat. Sondern es ist halt. Also ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, wenn du über so etwas nachdenkst? Gibt es Fragen, bei denen du angefangen hast, sie so inhaltlich abzuschließen, wie die großen Fragen nach dem Warum? Ich finde, das Warum, also an sich kann man natürlich schon machen, kann man schon fragen. Aber eigentlich ist die Frage nach dem Warum eine schlechte Frage. Also da stößt man einfach sehr schnell an Grenzen oder an eine neue Warum-Frage meistens. Weil warum ist nicht so eine Kategorie eigentlich, wenn man sich das genau überlegt. Wenn ich jetzt natürlich von meiner täglichen menschlichen Erfahrung ausgehe, dann überlege ich mir, ich nehme jetzt mein Handy in die Hand und dann habe ich ihn, warum habe ich das gemacht? Weil ich ja meine Nachrichten ansehen möchte oder so. Aber was jetzt das Universum angeht, warum, das impliziert irgendeine Art von eben Wollen, die da dahinter steht, die es halt nicht gibt. Und darum ist einfach die Frage, die Sinn macht eigentlich, dass wie, wie funktioniert etwas und nicht so sehr warum. Und die Dinge, die natürlich, also das meiste da draußen ist unbekannt und unerklärt. Und ich bin so froh, dass es das ist, weil ich stelle vor, es wäre nicht so, wie langweilig, wenn wir das alles, oder wie langweilig, wie unplausibel, dass wir kleine, kohlenstoffbasierte Wesen da auf dieser Felskugel, die um einen durchschnittlichen Sternkreis da am Rand eines äußeren Spiralamts der Milchstraße sich da irgendwie bewegt, dass wir da irgendwie wissen, wie das alles funktioniert, das gigantische Universum da draußen. Das ist ja, der Gedanke ist ja verrückt. Und eigentlich ist es eben, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, verrückt, dass wir das alles schon wissen. Und verrückt ist ja, wie viel wir wissen. Ich meine, dass wir wissen, dass das Universum in einem extrem kleinen, extrem dichten, extrem heißen Punkt vor 13,7 Milliarden Jahren begonnen hat, das ist doch verrückt, dass wir das wissen, oder? Und wie das dann davor war, oder so, dass, naja. Ja, also ich glaube, um das mit dem Warum abzuschließen, in unserer gelebten Realität, fühlen sich die Dinge rückblickend so an, als wären sie deterministisch gewesen. Also, dass ich jetzt hier bin und nicht im Bett liege, liegt an der Entscheidung, die ich getroffen habe, aufzustehen und an den Schreibtisch zu gehen. Und das fühlt sich, dadurch, dass es deterministisch ist, auch wie etwas an, was irgendwie kausal zu erklären sein muss, weil es ja jede Menge andere Optionen gab, für die ich mich hätte entscheiden können, die ich nicht getroffen habe. und dass man so einen Wunsch danach hat, dass, wenn die Dinge so deterministisch wirken, dass man dann irgendwo auch die erste Determination, also den allerersten Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, den ersten Stein des Anstoßes, finden können will und dann aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Selbstwirksamkeit sich fragt, und warum? Das finde ich ist, also vermutlich ist es sehr menschlich, aber ich gebe dir recht, die Frage nach dem Wie ist viel spannender, weil sie ergiebiger ist. Ich nehme mal an, eine Topfrage in deiner Planetariumsarbeit ist, wie sieht es mit den Aliens aus? Ja, das kommt auch immer vor, das stimmt, ja. Also dann zeige ich dann meistens, wie groß das alles ist, warum man da nicht rausfliegen kann und warum man dann diese anderen Planeten noch nicht sehen kann, obwohl es sie natürlich gibt da draußen, aber ja, warum es noch nicht so ist, dass wir das alles wissen. Aber was ich dann auch oft sage, ist, dass die Aliens ja vielleicht uns näher sind, als wir glauben, und dass es gewisse Orte schon in unserem eigenen Sonnensystem gibt, wo es die Aliens tatsächlich geben könnte und dass wir es halt einfach noch nicht wissen. Aber das ist auch immer ein Thema, das vorkommt, ja. Ja, also das ist so eine der Sachen, wo einerseits mein Bauchgefühl ständig variiert, also die Grundlage, auf der man da argumentiert, ändert sich ja gar nicht so drastisch über die Jahre hinweg, aber dann ist man einerseits versucht zu sagen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass um uns herum auf allen Planeten, also in allen Galaxien, die wir sehen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass funktionierende Taschenuhren spontan auf den Planeten entstanden sind, sehr viel größer als die, dass funktionierende Zellen entstanden sind. Dementsprechend sind wir vermutlich von mehr funktionierenden Taschenuhren umgeben als von Leben. Aber auf der anderen Seite, dann forscht man und guckt sich an, was so Neues in der Oktopodenforschung rauskommt und stellt fest, dass so intelligentes Leben schon auf verrückten anderen Wegen dann zustande gekommen ist. Also ich weiß nicht, mein Bauchgefühl schwankt da oft die Faktenlage nicht so sehr. Ja, es ist einfach wieder eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Darauf kommt es eigentlich immer dann zurück, wenn man sich denkt, es gibt vermutlich, und von den anderen Galaxien brauchen wir überhaupt noch nicht reden, in unserer eigenen Galaxie 40 Milliarden potenziell erdähnliche Gesteinsplaneten. Das ist die Zahl. Und naja, jetzt ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sich Leben auch bildet, wenn die Bedingungen gegeben sind. Und das ist genau das, was wir nicht wissen. Das ist das, was wir halt einfach, das große Rätselslösung wird kommen, wenn wir mehr über die Entstehung des Lebens an sich lernen und herausfinden. Das ist, denke ich, ein ganz guter Punkt, um das hier abzuschließen. Und wir sprechen uns dann wieder, wenn rausgefunden wurde, wie das Leben entstanden ist. Genau, vielleicht bald, wer weiß. Vielleicht früher als erwartet. Danke für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dir meine Weltraumfragen zu stellen und darüber zu reden, ob du auch Angst vor der Leere da draußen und den ganzen Unbekannten hast. Es hat mich ein bisschen beruhigt, dass du die Gefahren durch den Gamma-Ray-Burst relativiert hast. Aber ich habe jetzt mehr Angst vor der Sonne. Das ist ein gutes Ergebnis eines Gesprächs, oder? Was hast du gelernt aus dem Gespräch? Ich habe jetzt Angst vor der Sonne. Einfach ein bisschen Horizonterweiterung. Das ist das, worum es geht. Einfach auch mal nach oben schauen und ob es jetzt angsterfüllt ist, ob das sein soll, weiß ich nicht, aber zumindest einfach mal sich dessen bewusst werden, dass es da noch eine andere Hälfte über uns und naja, eigentlich unter uns auch gibt. Danke für deine Zeit. Du hast ein Buch geschrieben über dein Lastenrad, transportables Planetarium und das Universum. So ist es, ja. Per Lastenrad durchs Universum, per Lastenrad durch die Galaxie. Die Galaxis, ja. Galaxis, Galaxie, ist das Synonym? Ist das? Ja, eine Galaxis ist unsere. Galaxie ist eine. Also unsere Galaxis ist eine Galaxie. Okay, verstehe. Eine Galaxie von hunderten Milliarden Galaxien. Okay. Ich habe das Buch gelesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, sollte die Frage darin beantwortet worden sein, dann kann ich das Buch wohl nochmal lesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ist schon wieder so lang her. Ja, auf jeden Fall. Du hast dieses Buch geschrieben, das werde ich verlinken. Du machst den Podcast mit Florian, das Universum und du redest mit Holgi über Orgis aus dem Weltall. Das kann ich auch sehr empfehlen, werde ich verlinken. Ansonsten gibt es etwas von dir, was die Leute sehen sollen. Naja, es wird bald ein neues Buch geben. Mit dem Motorrad durch die Galaxis. Nein, genau. Diesmal motorisiert. Es kommt vermutlich ja im Herbst, also es ist beinahe fertig. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwie arg was verhau, dann sollte es auch tatsächlich erscheinen. Und es geht so ein bisschen in Anlehnung an das, wo ich mit dem Holgi quasi plaudere, all die argen, unsichtbaren Dinge da draußen. Also alles, was wir quasi am Himmel nicht sehen können, obwohl es natürlich da ist. Und das wird heißen, Himmelsjahr auf unsichtbar. Sobald es da eine Ankündigung gibt, werde ich das auch in die Shownotes packen. Weil, wie wir alle wissen, werden Podcasts auch noch in 5000 Jahren gehört. Mindestens. Wenn die Sonne uns nicht davor umbringt. Vielleicht werden sie ja wieder gehört in einer Zivilisation, die nach einem Carrington-Event wieder so weit gekommen ist, MP3-Dateien zu entschlüsseln. Die Wiederentdeckung des Podcasts. Genau, die Podcast-Archäologen der Zukunft werden sich über die Shownotes freuen. Danke für deine Zeit. Schön, dass du hier bist. Danke für das Gespräch. War spannend. Ich möchte mich erneut bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Einerseits für die netten und interessanten Kommentare und E-Mails, die eingehen. Wenn ihr Anmerkungen zu der Sendung habt, dann schreibt uns doch gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website. Und nochmal ein besonderes Dankeschön an alle, die uns auch finanziell unterstützen. Das freut uns enorm. Und wenn du vorhin der letzten Stunde unterhalten warst und denkst, das war auch interessant, dann denk doch gerne mal darüber nach, ob du mir auch etwas in den Hut werfen möchtest. Wie das geht, findest du auf der Website unter dem Punkt Unterstützen oder direkt in den Shownotes. Da ist ein Link, wie man uns unterstützen kann. Danke für alle, die das bisher tun. Danke für alle, die darüber nachdenken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.